Guten Morgen, heute ist der 7. Mai. Ich war gestern das erste Mal im Jonglieren. Das Jonglieren war eigentlich ganz gut, aber dann war es auf einmal total peinlich, dass ich mir nämlich die Hose gerissen. Und dann musste ich leider vorzeitig den Jonglierkurs beenden. Was wir jetzt heute machen, ich werde heute nochmal die Physik wiederholen. So eine Art kurzer Überflug, damit es nicht verloren geht. Und ich hoffe, dass dann heute Nachmittag irgendwann mein Professor mir die Unterlagen schicken wird, dass ich das dann endlich mal beginnen kann. Wenn nicht, gehe ich halt nochmal hin. Ansonsten, ich habe total viele Blasen an den Füßen, weil ich so viel gelaufen bin. Ich habe, glaube ich, 6 Blasen, also das tut höllisch weh. Ja, okay.